Es wie Koks, Crack und Heroin zusammen. Hast du das genommen? Koks, Crack und Heroin? Nicht zusammen. Nach einer langen Zeit des Träumens feiert sie ihren Durchbruch. Wir möchten euch beide zum Probetraining einladen. Ja! Ja! Das ist sowieso fake. Wie war das? Ich bin Paige. Paige hört sich eher an, als würde sie in der Parfum-Abteilung arbeiten. Paige, ich selbst komme auch aus einer Wrestling-Familie. Ich weiß genau, was das bedeutet. Was? Hier ist Wayne Johnson. Wie geht's? Ja, und ich bin den Diesel-Kumpel. Tut mir leid. Fighting with my family im Kino.